Sie werden ein Video von mir bestimmen auf meinem Hauptaccount, Leute. Komm, hau nochmal den Rest der Juwelen für Gold drauf. Oh Gott, oh Gott. Und du möchtest doch jetzt bestimmt den besten Spielern deiner Freundesliste, also auch Platz 1 der Weltlöschen, oder? Aber ich kann das! Nein! Nein, Mann! Was? Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video ist dabei Clash Games. Und Lukas, was geht? Hallo! Moin, was geht? Sie werden ein Video von mir bestimmen auf meinem Hauptaccount, Leute. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Vorwoller relativ hoch gepusht. Oha! Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe Angst. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber darauf lasse ich mich mal ein. Ja, Tobi, ich meine, du hast uns hier eingeladen, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lukas, willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Ja, ja, ich fange mal an. Geh mal in den Shop. Aha, also als erstes schon mal hier, würde ich sagen, Crater Code, du kannst natürlich eingeben, auch entspannt. Okay, auf jeden Fall. Ja, wichtig, wichtig. Let's go. Ich sehe auch in deinem Shop, du hast schon mal einen Münzenskin. Interessant, auf jeden Fall den Star-Silver-Tick. Ich denke mal, du willst bestimmt auch dann den goldenen Tick zusätzlich noch haben. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch genug Münzen für den goldenen Tick. Ja, genau. Noch nicht, aber ich würde sagen, kannst du dir mal genug Münzen kaufen, damit du auch noch den goldenen Tick zusätzlich dir kaufen kannst. Okay, let's go. Ich glaube, du bräuchst dann insgesamt 35.000 Münzen. Ja, ich glaube, mal schauen, ob das ausgeht von Juwelen. Ja, mal schauen. Ah, das ist nicht ganz. F, Leute, ich muss Altschutzkarten einlösen. Okay, Leute, neue Juwelen sind auf jeden Fall am Start. Ich würde sagen, ich glaube, noch zweimal genau. So, soll das ausgehen, oder? Da bin ich lost. Ja, ich bin lost. Okay, wir kaufen einfach nochmal. Das ist einfach, dass wir 50 Juwelen kaufen können. Ja, egal, ich brauche eh Münzen. Ich brauche eh Münzen. Okay, genial. Ja, also wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Ich glaube, ich hatte 1.500 Juwelen. Dann jetzt nochmal 800 von den 2K, also 2.300. War auch immer ziemlich teuer. Oh Mann, einfach für gold Tick, Leute. Aber okay, jetzt geht's. Ja, das ist wichtig, der ist wichtig. Ja, ja, für den Flex. Erstmal hier Silbertick, let's go. Nice. Ja, und wenn du schon dabei bist, Tobi, dann kannst du dir auch direkt nochmal den Colette Skin da kaufen. Ja, okay. Kam der heute raus eigentlich? Ja, der kam genau heute raus, heute Morgen. Okay, perfekt. Ich habe verpasst, auf den Shop zu warten. Mies, mies. Der kam aber zu random einfach raus. So, Tobi, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit dir. Du hast ja jetzt immer noch so ein paar Juwelen. Stopp, 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 stopp. So, du hast ja gerade so fröhlich Gold ausgegeben und hast gesagt, dass du immer nochmal irgendwie so ein bisschen Gold brauchst, ne? Ja. Komm, hau nochmal den Rest der Juwelen für Gold drauf. Oh Mann, oh Mann. Oh, RIP. Für die Creator Code Einnahmen. Ehre, Kevin, Ehre. Okay, okay. Ja, nice, Tobi. Für Siri Fragen. Ja, und finde, will ich auch sagen eigentlich. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 11. Das wäre 2. Okay. Au. Ja. Da hast du aber Glück gehabt, Tobi, Mensch. Oh, zum Glück, Mann. Zum Glück nur 2. Ja, gönn dir. So, Tobi, jetzt bin ich dran. Geh mal ins Hauptmenü rein. Ja. So, und jetzt geh mal hier auf dieses, geh mal auf deinen Brawler da. So, und dann, wir wollen ja deine Jessie nochmal irgendwie ein bisschen probieren. Die Sendung auf Rang 34, Tobi, ist ja ein bisschen schlecht irgendwie. Die Jessie einmal auswählen. Und ich meine, du könntest dir jetzt in der TUV irgendwie einen guten Spieler einladen, um full zu tryharden. Aber du machst jetzt einfach mal so, du nutzt mal diese Spielersuchfunktion. Und dann gucken wir mal, ob du ein Team findest. Ich glaube, da findet man niemanden. Ich glaube, das wird, also jetzt für YouTalk, das wird mindestens 20 Minuten dauern. Ja gut, dann dauert das mir jetzt jetzt zu lange, dann gehst du einfach aufs Spielen. Interessor Raub. Interessor Raub. Ja, los. Okay. Da waren bei uns auch immer die Höchstzeile. Okay, wir sind drehen. Oh, lol. Oh, lol. Lol, Double Jessie, Fan. Doppel Jessie. Lol, let's go. Das hat wirklich Double Jessie. Wie lange hat das gedauert, volle Konzentration. Ich bin auf 1.200. Nein, bye-bye. Nein, deine Jessie ist sehr tot. Ja, aber wir können jetzt ein bisschen wie Mitte wiederkriegen. Ja. Bisschen Control. Oh, lol. Oh, let's go. Oh, no, no. Der Colt hat nicht kommen. Oh, aber der Colt hat... Ja, nein. Ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, wir verlieren. Oh, mein Gott. Nein! Nein! So, die Vollgas. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott, Digga. Come on, G-Bates, wir schaffen das. 6%. Ja, wir machen gar nichts irgendwie. Nein! Oh, mein Gott. Was? Minus 2. Hä, guck mal, deine Mates, die waren so low. Digga, du hast die... Hä? Ich hab doch gesagt, du hast die Bots bekommen, Tobi. Ich hab ernsthaft die Bots bekommen. Okay, Lukas, du bist dran. Sag mir doch nochmal deinen Club, Tobi. Ja, oh, man. Dann würde ich sagen... Tobi kann halt schreiben, I'm the best German player in the world oder so. Ja, komm, dann schreibt das mal rein hier, Tobi. Okay, let's go. Ja, wir schreiben. Ja, ja. Oh, das läuft schon, okay. Schreibt es einfach, okay. Okay, Tobi, geh mal in deine Freundesliste. Aha! Oha! Oha! Das ist natürlich wild. Zeig mal die Bestenliste. Okay, Tobi, also ich würde sagen, gehen wir nochmal in deine Freundesliste rein. Und du möchtest doch jetzt bestimmt den besten Spieler in deiner Freundesliste, also auch Platz 1 der Welt löschen, oder? Bitte nicht Platz 1 der Welt. Er wird diesmal noch auf 53.000 Feen pushen, auf einen neuen Weltrekord. Ja, aber das musst du jetzt machen, Tobi. Nein! Nein! Oh mein Gott! Auf den Arm und entfernen und ciao, Kakaos! Das tut weh, natürlich. Zum Glück habe ich noch Platz 2 der Welt. Komm, Lukas, schieb ihn hinterher! Was? Was? Komm, zu ist, Lukas! Tobi, der muss leider noch Monats 2 auch entfernen. Oh mein Gott. Das solltest du nicht sagen sein, Tobi. Zum Glück habe ich noch Platz 3 der Welt! Komm, löscht Platz 3 auch noch! Okay! Nein! Junge, Platz 1, 2 und 3, ein Backe löscht! Okay, Tobi, dann würde ich sagen, zeig mir nochmal deine Brawler hier zum Abschluss. Ja. Der sieht schon heftig aus, muss ich sagen. Ja, das ist schon crazy. Ich würde sagen, Döner Mike könnte man nochmal zum höchsten Brawler machen, wenn du es schaffst. Ja, gut, das stimmt. Ah, ein Pokal! Ein Pokal, ein Pokal, ja. Also, wir wählen mal Döner Mike aus. Ja. Ja, mach mal dunkle Passage, dass Döner Mike bestimmt krass uns so schauen hat. Oh mein Gott, Digga! Ja, der ist es sehr, sehr gut. Viele Wände, so. Ja, du musst ihm die Jumpstar-Power geben, Lukas. Tobi soll ein bisschen Jumpstar-Power sein. Ja, genau, stimmt, stimmt. Und die Brummenkreise, dieses Brummenkreise-Gadget. Ja, okay, dann gönn dir mal. Du kannst aber spielen nochmal, dann ansonsten nicht. Okay, okay. Oh, Mann. Okay, ich bin in der Lobby. Ich bin in der Lobby. Ich glaube, alle werden mich spielen. Oh mein Gott, Tobi. Alle werden mich spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, Mann. Das war ein Team. Oh mein Gott. Also, ich bin... Junge, die waren Wies. Nein, die mag dich nicht. Nee, die hat, glaube ich, dich nur angehnt, damit sie diese Kiste schneller bekommt. Nein, nein, ich glaube, die machen Ehre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das bin ich, Tobi. Du musst dich ganz schnell spielen. Weiß ich, Digga, ich check's nicht. Ich check's auch nicht. Warte, ich hau die mal weg. Nein, ich treff die nicht. Nein. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, die macht auch okay. Oh nein, die will ich kaputt machen, Tobi. Oh Gott, Tobi. Junge. Das ist wie bei der Wand jumpen, Tobi. Ah ja, stimmt. Aber ich kann das. Nein. Nein, Mann. Was? Ich wurde 8er Platz. Nein. Hallo? Leute, mein Headset geht nicht mehr. Hallo? Nein, ich höre euch nicht mehr. Mein Headset ist kaputt gegangen. Hallo? Hallo, Tobi. Okay, ich höre euch wieder. Ich höre euch wieder. Mein Headset ist irgendwie aus der Haltung rausgegangen. Oh nein, Minuself-Pokale. Ja, also ich glaube, wir sind fertig, oder, Lukas? Ja, also ich würde sagen, das war ein nice Video. Ich bin sehr zufrieden. Ja, würde ich sagen, Leute, lasst einen Like da. Ciao. Ciao, Leute. Haut rein. Tschau. Shh. Tschau. Jen. Tatsuk.